Das Schweizer Parlament wird vom 4. bis dem 8. Mai zu einer außerordentlichen Sitzung zusammentreten. Dieser Brief wurde bereits gestern Abend, 28. April, an alle Parlamentarier mit einer kleinen Anzahl von Unterzeichnern verschickt. Wenn Sie mit dem Inhalt dieses Briefes einverstanden sind, unterschreiben Sie ihn bitte. Am Abend des 3. Mai werden die Mitglieder über die Anzahl der Personen informiert, die den Brief unterschrieben haben. Danke. Bitte nur Schweizer Erwachsene. Sehr geehrte Nationalrätin, sehr geehrter Nationalrat, sehr geehrter Ständerat. In Zusammenhang mit der aktuellen Gesundheitskrise des neuen Coronavirus möchten wir Ihnen unsere Beobachtungen und Sorgen über die Art und Weise, wie diese Krise gehandhabt wurde und wird mitteilend. Und wir hoffen, dass Sie so bald wie möglich eingreifen werden, um die Normalität so schnell wie möglich wiederherzustellen. 1. Die Zahlen Wir halten es für unerlässlich, die Daten sorgfältig auszuwerten, da sie im Gegensatz zu allen anderen Informationen eine objektive, teilbare und unhinterfragbare Sichtweise vermitteln. Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation, dass Covid-19 als Pandemie charakterisiert werden kann. Diese Terminologie ist sehr wichtig. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Weltgesundheitsorganisation die Pandemie nicht erklärt hat, sondern nur gesagt hat, dass die Krankheit als Pandemie charakterisiert werden kann. In den folgenden Tagen begannen Nachrichten zu kursieren, die auf vorausschauenden Computermodellen basierten, die bis zu 22 Millionen Todesfälle allein in den Vereinigten Staaten vorhersagten. Und mit Staatsoberhäuptern wie Angela Merkel, die sagte, dass bis zu 70 Prozent der deutschen Bevölkerung infiziert sein würden. Zu Recht hat die Schweiz Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen. Diese Masse basierten auf damals verfügbaren Daten, die aus computergestützten Vorhersagemodellen abgeleitet wurden und wurden sicherlich auf der Grundlage des damaligen Wissens angepasst. Seit diesem Datum sind mehr als anderthalb Monate vergangen und wir verfügen nun über Daten über die Entwicklung der Pandemie. Zum heutigen Tag, 28. April 2020, gab es 29.164 Fälle von Coronavirus, 1.665 Tote. In Deutschland zählen wir heute, im Gegensatz zu den Prognosen von vor anderthalb Monaten, 158.758 Fälle von Coronavirus, 6.126 Tote. Alle diese Daten sind rückläufig, sowohl die Zahl der Neuinfektionen als auch die Zahl der Verstorbenen. Im Vergleich zu dem, was Frau Merkel sagte, die etwa 57 Millionen Infizierten, 70 Prozent von 82 Millionen, vorhersagte, gab es also 158.758 Infizierte, das sind 0,19 Prozent der deutschen Bevölkerung. In der Schweiz beträgt der Prozentsatz der Infizierte 0,34 Prozent der Bevölkerung mit einer Sterblichkeitsrate von 0,019 Prozent, wenn man sie auf die Gesamtbevölkerung des Landes berechnet. Die Gesamtzahl der Todesfälle weltweit liegt derzeit bei 211.663. Diese Studie der Universität Edimburg vom 22. Oktober 2019, in der die weltweite Sterblichkeit eines normalen Grippevirus analysiert wird, besagt, dass die Weltgesundheitsorganisation die Zahl der jährlichen Grippetodesfälle weltweit auf 250.000 bis 500.000 schätzt. Die Coronavirus-Zahlen liegen daher noch vollkommen innerhalb dieser Einschätzung. Um nur eine zusätzliche Zahl zu nennen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben jedes Jahr etwas 1,3 Millionen Menschen an Tuberkulose. Diese Zahl ist mehr als sechsmal höher als die Zahl der bisherigen Todesfälle durch das Coronavirus. Eine Tuberkulose-Pandemie wurde nie ausgerufen und es wurden nie Maßnahmen ergriffen, um die verfassungsmäßigen Freiheiten einzuschränken. Sicherlich haben die weltweit eingeführten Maßnahmen die Zahl der Infektionen und Todesfälle begrenzt. Aber wenn wir uns die Daten aus Schweden ansehen, das keine Beschränkungen auferlegt hat, nur empfohlen hat, vielmehr wirtschaftliche Aktivitäten offen gehalten hat als jedes andere Land, nicht alle Schulen geschlossen hat, sind die Daten ähnlich wie in anderen Ländern. Schweden, Bevölkerung 10,23 Millionen. 18.926 Fälle von Coronavirus, 2.274 Tote, Prozentsatz der Bevölkerung, der sich mit der Krankheit infiziert hat, 0,185%. Prozentsatz der Bevölkerung, der an der Krankheit starb, 0,02%. Weitere wichtige Daten stammen vom Italienischen Hören-Institut für Gesundheit, die am 7. März 2020 veröffentlicht wurden. Durchschnittsalter des Verstorbenen 81,4 Jahre, 78,5% der Verstorbenen hatten zwei oder mehr Vorerkrankungen. Die Auswertung dieser Daten überlassen wir den Experten. Wir für unseren Teil beschränken uns darauf, darauf hinzuweisen, dass das Verhalten des Coronavirus sowie das damit verbundene Todesrisiko dem der normalen saisonalen Grippe sehr ähnlich zu sein scheinen, für die nie Maßnahmen zur wirtschaftlichen Abschottung, sozialen Distanzierung und Einschränkung der persönlichen Freiheit ergriffen wurden. Wir sind der Meinung, dass angesichts der nun vorliegenden tatsächlichen Daten eine Neubewertung der Maßnahmen absolut notwendig ist. Die derzeit noch geltenden Maßnahmen wurden angewandt, als man glaubte, dass es Millionen von Infizierten und Millionen von Toten geben würde. Die aktuellen Daten zeigen, dass dies nicht der Fall war. Die Maßnahmen sollten daher unserer Meinung nach so schnell wie möglich aufgehoben werden. Der amerikanische Präsident Donald Trump im Einvernehmen mit Surgeon General Jerome Adams hat auch beschlossen, auf computergestützten Vorhersagemodellen zu verzichten und reale Daten zu verwenden. Dies scheint also keine allzu seltsame Strategie zu sein. 2. Zurechnung von Todesfällen Eine Analyse der Zurechnung von Todesfällen im Fall von Covid-19 findet sich in der Ausgabe der Zeitung K-Tipp von 22. April 2020. Aus ihrer Analyse geht hervor, dass im Gegensatz zu dem, was normalerweise getan wird, wo, wenn eine Person bereits zum Beispiel an Krebs leidet und infolge einer Grippe stirbt, die Todesursache dennoch dem Krebs zugeschrieben wird, mit dem Covid-19, wenn eine Person nach einem positiven Test stirbt, die Todesursache dem Covid-19 zugeschrieben wird. Wenn also eine Person mit Covid-19 stirbt, starbt sie von Covid-19. Dies, so der zitierte Artikel, steht im starken Kontrast zu den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation, die für Menschen mit schweren Grundkrankheiten verschreibt, dass, wenn eine Grippe auftritt, die zum Tod des Patienten führt, die Todesursache die schwere Grundkrankheit bleibt. Wir bitten Sie, mit dem Gesundheitsministerium die Gründe zu klären, warum ausnahmsweise von dieser Vorgehensweise Gebrauch gemacht wird. Wir möchten hinzufügen, dass aus den zuvor vorgelegten Daten über die Verteilung der Todesfälle nach dem Alter der italienischen Gesundheitsbehörde klar hervorgeht, dass die am stärksten gefährdeten Personen diejenigen sind, die bereits an früheren Pathologien leiden. Der Delegierte des Bundesamts für Gesundheit, Daniel Koch, bestätigte das sehr geringe Ansteckungsrisiko bei Kindern, die keine Vorerkrankungen haben. Weitere Analysen der Daten wurden von diesem Schweizer Bürger vorgenommen. 3. Negative Auswirkungen von sozialer Distanzierung und Quarantäne Wir sind auf eine Erklärung von zwei amerikanischen Ärzten, Dr. Dan Eriksson und Dr. Artin Massihi, aufmerksam gemacht worden, die in der Notaufnahme von Kern County in Kalifornien tätig sind. Die Ärzte haben tausende von Tests für Covid-19 durchgeführt und viele Patienten behandelt. Sie sind kompetente Menschen, die sich täglich mit dem aktuellen Gesundheitsnotstand auseinandersetzen. Aus ihrer Datenanalyse, die sich in diesem Brief widerspiegelt, geht aus den heute tatsächlich verfügbaren Daten nicht hervor, dass der Virus viel aggressiver ist als eine normale Grippe. Die Ärzte berichten jedoch von den schweren Schäden, die durch die Isolation verursacht werden. Sie berichten über eine Zunahme von häuslicher Gewalt, Missbrauch und Alkoholismus. Darüber hinaus glauben sie auf der Grundlage immunologischer Kriterien, dass die Isolation und das Fehlen eines ständigen Kontakts mit Bakterien und Viren durch Masken, Handschuhe und Sozialisolation zu einem Rückgang der Antikörper führt, was in Zukunft die Gesundheit der Menschen untergraben könnte. Sie fügen hinzu, dass Handschuhe in Supermärkten, danach gewiesen wurde, dass Viren mehrere Tage auf Plastik überleben können, die Verbreitung des Virus sogar verschlechtern könnten, sodass es sich von einem Objekt zum anderen bewegen kann. 4. Zensur Mit grosser Sorge haben wir von der Verhaftung des Schweizer Arztes Thomas Binder erfahren. Wir waren nicht in der Lage, die Anklage gegen die Verhaftung zu verstehen. Eine Fernsehsendung sprach von nicht näher spezifizierten Bedrohungen. Thomas Binder ist im Internet sehr aktiv und setzt sich kritisch mit Covid-19 auseinander. Die Tatsache, dass der Arzt inzwischen entlassen wurde, scheint darauf hinzudeuten, dass die Vorwürfe nicht bestätigt wurden. Dies deutet jedoch darauf hin, dass die Meinungsfreiheit in der Schweiz kein Recht mehr ist, obwohl die Bundesratverordnungen zum Covid-19-Notstand keine Einschränkungen der Meinungsfreiheit erwähnen. Wir bitten sie, die Gründe, die zur Verhaftung dieses Arztes geführt haben, zu klären und gegebenenfalls eine Untersuchung gegen die Verantwortlichen einzuleiten. Ebenso gibt es eine zunehmende Zensur der wichtigsten sozialen Medien. YouTube hat offen erklärt, dass er Video über Covid-19 und 5G zensieren wird. Geschätzte Ärzte mit jahrzehntelanger Erfahrung werden systematisch zensiert. Der einzige Richter und Vollstrecker der Zensur sind die sozialen Medien selbst, die keiner Regierung gegenüber für ihre Handlungen rechenschaftspflichtig sind. Es ist klar, dass die Schweiz nicht die Macht hat, einem amerikanischen Unternehmen zu diktieren, wie es vorzugehen hat. Wenn die Rede- und Diskussionsfreiheit in dieser Nation ein Recht ist, glauben wir dennoch, dass die Regierung die Pflicht hat, zum Schutz dieses Rechts zu handeln. 5. 5G und Covid-19 Bis April 2020 war die Stop 5G-Appeal-Initiative bereits von 353 Personen unterzeichnet worden, die alle im medizinischen oder wissenschaftlichen Bereich qualifiziert sind. Wir sind auf ein Interview mit dem Nobelpreisträger für Medizin, Luc Montaigne, aufmerksam geworden, indem er die Hypothese aufstellt, dass die 5G-Antennen in China zur pathogenen Kraft des Virus beigetragen haben könnten. Langsam entstehen Studien, die einen möglichen Zusammenhang zeigen. Der US-Senatsausschuss für die Sicherheit von 5G befragten 2019 Vertreter von US-Telefongesellschaften, die bestätigten, dass keine schlüssigen Studien über die Sicherheit von 5G für die menschliche Gesundheit durchgeführt wurden. Wir sind nicht in der Lage zu sagen, ob 5G sicher ist oder nicht. Wir sind nicht in der Lage zu sagen, dass es eine Korrelation zwischen 5G und Covid-19 gibt. Aber wir glauben, dass Studien unabhängig und nicht von Telefongesellschaften durchgeführt werden sollten. Und vor allem glauben wir, dass die Debatte offen und öffentlich bleiben sollte. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil dies in der Wissenschaft schon immer der Fall war. Es gibt Wissenschaftler, die die eine Sache unterstützen und andere, die eine andere unterstützen. Das ist normal. Die einzige Möglichkeit, der Wahrheit näher zu kommen, besteht darin, die Debatte und die Forschung fortzusetzen. Es gibt keinen einzigen Wissenschaftler, der die Wahrheit in der Hand hat. Und andere liegen alle falsch. Man kommt nicht an die Wahrheit heran, wenn einige Wissenschaftler zensiert werden, wie es YouTube und andere soziale Medien tun. Sehr geehrte Schweizer Parlamentarierinnen, sehr geehrte Schweizer Parlamentarier, Sie vertreten zusammen mit den anderen Parlamentariern das Schweizer Volk. Sie sind verantwortlich für die Einhaltung der vom souveränen Schweizer Volk verabschiedeten Schweizer Verfassung. In der Schweizer Verfassung lesen wir Artikel 148 Stellung Die Bundesversammlung übt unter Vorbehalterrechte von Volk und Ständen die oberste Gewalt im Bund aus. Artikel 169 Oberaufsicht Die Bundesversammlung übt die Oberaufsicht aus über den Bundesrat und die Bundesverwaltung, die eidgenössischen Gerichte und die anderen Träger von Aufgaben des Bundes. Mit tiefem Respekt und Hochachtung bitten die Unterzeichner dieses Briefes Sie, jedes einzelne Thema, das wir in diesem Brief vorbringen, eingehend zu prüfen und so schnell wie möglich voranzuschreiten, um im Namen der Werte, die wir als Volk seit mehr als 700 Jahren vertreten und vorangebracht haben, die völlige Normalität im Land wiederherzustellen, damit wir weiterhin ein leuchtendes Beispiel der Demokratie für die ganze Welt sein können. Mit freundlichen Grüßen 28. April 2020 Wenn Sie mit dem Inhalt dieses Briefen einverstanden sind, folgen Sie dem Link in der Beschreibung, um ihn zu unterschreiben. Danke